jetzt erst mal lecker gehirn essen und damit willkommen zurück zu einer weiteren folge von die sims 3 bei familie kunterbund mal wieder als lange zeit nicht viel passiert oder beziehungsweise wir waren ja nicht hier sondern letztes mal erst wieder zurück zu dieser familie gekommen und haben so ein bisschen überlegt was wir mit diesen 34 machen wollen der opa hat jetzt ja noch mal einen neuen look gekriegt der sieht jetzt richtig aus wie so ein bisschen aber es hat der verrückten wissenschaftler die ist jetzt auch bei den als test objekt also alles gut und mit der anderen werden wir schauen nach und nach jetzt erst mal weiter und ich habe gerade das spiel neu gestartet darum ist man muss es ja die auf jeden fall haben die nicht allzu wenig geld würde ich mal sagen also mit 23.000 auf der uhr kann man die schon mal sehen lassen und wir werden sehen was wir sonst so machen werden ich überlege gerade was könnten ich könnte erstmal den tag ausklingen lassen albert ist neun bei den rebellen wie auch immer erst das geschafft hat mal ne das machst du bist du das ist ja der wolfram egal für sich erstmal das entstopfen genau das wollten wir hast ja zerstört atomkraft ich verstehe du musst du doch deine hausarbeiten machen nö hat sie schon gemacht oder wie warte mal hausarbeiten faul wie das denn sie kann sich aber nicht machen nein wir sind nicht verkaufen aber wir befriedigend hausaufgaben faul ja ich über das wochenende aber wir haben da sind keine hausaufgaben von marlene ist schwierig ist das sowieso ist das egal also vielleicht hat sie sich auch schon gemacht ich weiß es nicht bitte was hast du schon repariert bist du eigentlich bist du gut hallo zeig mal oder du brauchst garten arbeit haben wir denn wir haben bestimmt ach gut was hast du denn alles hier was ist schon wieder los freunde wir haben das kann doch wohl nicht sein als chemie das kannst das können wir mal hier wieder zurück hat sie denn etwas nö ich dachte wir haben mal was sie kauft oder ist es hier der schwarze mond die rache der vampire die schönheit der nacht planet x ah ja das waren die alle kommen das sind alle die romane gewesen von psyche also jetzt sowieso zwei so eine ja große romane kann man sagen oder so science fiction genau science fiction dann einmal so ein gedichtband schnell nach oder mal sowas etwas die rache der vampire ja jetzt schauen wir gerade an die rache der vampire 2 oder was war das die rache der vampire 2 genau die fortsetzung ich mag sowas okay du bist tot müde aber es ist freitag dann kannst du trotzdem erstmal duschen gehen und wirst dich dann trotzdem mal hinlegen am wochenende können wir ja mit der gitarre oder mit dem schlachtzeug mal einen park und ein bisschen abrocken ja wir müssen ach komm es ist 3 18 uhr wir fahren noch mal schnell zur buchhandlung und kaufen ein paar bücher garten bücher und so ja sims ist gerade wieder sehr ruckelig das ist immer so ach so ja ist aber psyche oder hat sie nicht gerade sie hat auf feierabend guck mal dann können sie das machen vielleicht kriegst du sogar rabatt den kannst du mal für den opa mitbringen und der opa bleibt zu hause der könnte mal der sollte genau der sollte ja war er da nicht auf toilette ach ne da können wir wieder was erfinden ne ach da gibt es so viel was sie machen können wir wieder äh genau du brauchst ein bisschen spaß noch das ganze morgen haben die ganze du erstmal hier und so und dann wirst du das können wir auch machen unzerstörbar selbstreinigend das klo unzerstörbar aha selbstreinigend durch unzerstörbar ok das reinigt sich selber und so gerade geht es trotzdem kaputt dann machen wir die dusche auf jeden fall selbstreinigend das können wir mal machen das ist überhaupt nicht creepy mein freund so du könntest mal so äh comics fähigkeiten und zwar gartenarbeit wo ist es hier dann habe ich den zweiten notenblätter alchemie angelbücher rezepte hier mal shelly con carne und watatoui so dann kannst du wieder nach hause so sieht es aus ähm hast du geschafft ach ne warte musst du erstmal duschen ja du kannst ja kannst du ihn einschalten und dann würde ich sagen kannst du ihn mal ja oh aua das sahen sehr schmerzhaft aus ja das ging schnell was kann man noch so machen äh merkmalchips anpassen kann man da was neues machen ich weiß es nicht so pack mal auf hier hier guck genau hin so so angst vor sims bringe das zipptormen eine gesunde furchtversinnbar weil ich ihn auf die wilde wildnis vor hm das ist aber ne das will ich nicht weil dann rennt er ja mal von uns weg ich finde das hier schon holoprojekt äh das mit putzen ich möchte eigentlich was äh merkmalchips erstellen neuen bingo spass guck mal du kannst doch mal alle ein bisschen bass spielen und wir könnten mal ein merkmalchip bauen aber ich glaube dazu brauchen wir diese komischen Viecher so dann wollen wir mal ein bisschen die musik spielen lassen und ich finde das immer noch so geil mit meinem Lebenszimmer das ist schon sehr erinnerung ja schüttel prima putzkraft haben wir schon äh äh angene mit künstlichen handwerksbord genau was brauchen wir dazu kleiner leerer prozessor wo kriegen wir den her ja dankeschön wo kriegen wir das her hm muss man das irgendwie nanomaschinen merkmalchip bauen nanomaschinen haben wir auf jeden fall prozessor prozessor wo kriegen wir einen prozessor wir haben angst vor sim schön vielleicht nicht hier wahrscheinlich in der zukunft irgendwo ähm da würde ich vorschlagen äh was war war das du mit den malerei ne wie sagen wir nochmal die schaffelei oder was ich glaube mal lene war das mal lene genau die war hat das vom faddy hier erbt so da würde ich vorschlagen du kannst mal äh schrott kaufen komm dann können wir mal schrott kaufen 100 schauteile und dann erfinden wir was neues hau sprich einfach was guck mal er hat sauber gemacht siehste das ist doch schön das finde ich schön er wird so richtig so eine haushaltshilfe werden da brauchen wir keinen butler sondern wird er das machen das ist doch genau unser ziel ich spiele den bass because es macht mir spaß passt aber auch irgendwie zu ihr ne so mhm yeah so elegant so elegant bin ich sei und hier wird gewirkelt so hier ein bisschen rumschlagen ein bisschen schrauben soo da war ich schön noch ein bisschen schweißen noch ein bisschen schweißen kommt das alles zusammen jawoll ich habe eine platina entworfen ähm was ist das hygienator wohnhygienator ist das für was für was ist das äh ist das für hunde dass die sauber werden oder wie ist das ich weiß es nicht aber 100 äh cool ah genau wir haben ja die bücher jetzt dann kannst du mal das erste da kriegen und das andere kommt genau dann kommt ach hier bordbaufähigkeit alchemie logik ja aber bordbaufähigkeit hast du aber nichts anderes und die anderen sachen kommen da mit rein was ist das hier wahre märchen also machen wir diese bücher hier rein die wahre märchen zombie baron graf von google muss ja nicht immer alles rum tragen was ist das hier studienplan aus der dose bildschirmkopiere das internet band 65 das kann er ruhig behalten was das der vampire sortiere ich hab keine wo hat er die denn bücher her wissenschaft band 1 genau das kann die rein bisschen sortieren und dann kommt das hörerhaus dann haben wir so ein bisschen die raus aus der mittelmöglichkeit ach das soll sie lesen ne das können wir mal machen am nächsten tag das können wir mal machen am wochenende denn vielleicht gehen ja die noten wieder nach oben äh mal gucken ok wir haben es erfunden das ist sehr schön und ich würde sagen was machen wir jetzt mit dir ähm düsen setz sprengen ne ich glaube nicht erfinden äh schrott sammeln nanomaschinen bauen wir das können wir nicht das können wir schon aber es bringt uns nicht viel äh was wissenschaftlich könnten wir was erlernen wir können einfach vielleicht was anfertigen große erfindung den aufsammler können wir nochmal machen ein bisschen ein bisschen so ok du hast genug gespielt ein bisschen spaß auflässtern dann ja das sieht ja alles noch sehr unfällig aus bei den beiden zimmern aber das ist ja nur provisorisch mal gucken mal gucken wir werden ja umziehen die werden ja umziehen nicht jetzt aber die werden ja in eine größere hütte ziehen wenn ein bisschen das geld noch mehr ist äh vielleicht wird auch marlene ausziehen man weiß es nicht äh und mit luna zusammen ziehen wenn sie dann größer wird wir werden sehen malene mag ja ihre familie aber so ist das leben malene mag ja ihre familie aber